ja hallo zusammen ich möchte jemanden vorstellen der ein oder andere kennt ihn vielleicht schön zwischen der münchner frauenkirche dem rathaus und dem alten peter in szene gesetzt ein saubermann aus bayern und ich möchte diesen kurzen clip ein wenig kommentieren weil er für mich in einer ganz anschaulichen weise zeigt um was für eine sorte mensch sich bei dieser art von politikern handelt also er ist da schon ein ganz besonderes exemplar und ich kann sagen also von meinem persönlichen empfinden an widerlichkeit nicht zu überbieten aber wir können ja gerne mal ein bisschen wir haben zwei viren im land wir haben corona und wir haben dieses gift dieses gift das bei allen wunsch mitzunehmen wirklich auf einer form aggressiv ist was durch querdenker und zum teil eben auch durch parteien wie die afd massiv verbreitet werden okay also was er nicht sagt ist dass die partei afd die er dann nennt oder auch die querdenker bewegung gift ist das sagt er so nicht und trotzdem sagt er es das ist genau die art und weise wie man assoziationen weckt als politiker ist er jemand man mag sich auch mal so ein bisschen den gesichtsausdruck ansehen als politiker ist er jemand der mit worten sehr gewandt umgehen muss er muss leute manipulieren um an diese positionen zu kommen und er tut das hier indem er erst einmal eine parallele aufbaut in dem er sagt es gibt zwei gifte einmal ist dann natürlich der virus der ist jetzt über zwei jahre als das absolute schreckliche horrorszenario aufgebaut worden und jetzt sagt er es gibt noch ein weiteres gift und letzten endes sind das zumindestens der assoziation des zuhörers nach querdenker und afd das heißt auch wenn er es wörtlich nicht so sagt bleibt der eindruck beim betrachter zurück dass er menschen hier als gift bezeichnet als ja etwas was letzten endes zu bekämpfen ist und zwar nicht auf einer sachlich politischen ebene sondern auf einer emotionalen ebene es wird mit corona verglichen es wird mit einem ja tödlichen virus so ist das ja immer in der darstellung gleichgesetzt und das ist eigentlich eine art unlautere argumentation natürlich man kann ihn nicht darauf festnageln das gesagt zu haben aber das ist ja gerade das perfide dass er eben genau mit worten so jongliert dass beim zuhörer der eindruck entsteht man ihn aber darauf nicht festnageln kann aber indem er beides mehr oder weniger in einem satz erwähnt in dem er genau auf diese art von parallelität hinarbeitet kann man jemandem mit seinem hintergrund als politiker als ministerpräsident jemand der da wirklich auch im politischen rampenlicht steht durchaus zutrauen dass er weiß was er für worte setzt also das ist im höchsten maße aggressiv gegen die menschen da ist jemand am werk der menschen als abfall als gift als schadstoff bezeichnet da ist jemand der in einer art und weise über menschen spricht wie es eigentlich auch in der untersten gosse ja eigentlich so gar nicht mal üblich ist also da da ist es verbal sicherlich auch so dass leute sich so betitulieren aber nicht in dieser rhetorisch geschickten gekonnten art in dieser art der manipulationen in dieser demagogischen oder ja volksverhetzenden art das ist einfach volksverhetzung kann man mir erzählen was man will so damit wissen wir schon mal mit wem wir es hier zu tun haben es ist eine unserer wirklichen herausforderungen wir versuchen da wirklich auch nach wie vor einladend und auch wissenschaftlich zu argumentieren aber es ist schon manchmal geht wirklich an die grenzen mit welcher aggressivität dort auch gearbeitet wird okay wir haben jetzt gesehen wer aggressiven auftakt geliefert hat und dann wird behauptet man würde wissenschaftlich arbeiten ich meine das netz ist voll mit zahlreichen hinweisen was hier die wissenschaftlichkeit angeht und dass die wissenschaftlichkeit in dem kontext eigentlich immer gerne vorgeschoben wird das ist ja mittlerweile ja allgemein gut man sucht sich die wissenschaftler raus die genau das sagen was man haben möchte meistens leute ohne viel praxis und gesprächsbereitschaft habe ich aus dieser ecke noch nie gehört dort gibt es diffamierungen wie eben zum anfang genauso wie er das gemacht hat und anschließend die behauptung man selber sei ja die guten man sei ja gesprächsbereit aber gesprächsbereitschaft heißt nichts anderes als die eigene meinung darstellen und zu erwarten dass der andere diese dann schluckt und wenn er andere dann sagt nee also dieser meinung bin ich dann doch nicht so ganz schauen wir uns einfach mal kann man im netz googeln wie er mit dem herrn eiwanger von den freien wählern umgegangen ist weil der gesagt hat dass er sich bei der impfung nicht so sicher ist schauen wir uns die allgemeine diskussion an wie man mit einem herrn kimmich umgeht das sind alles dinge wo ich sage das hat mit wissenschaftlichkeit gar nichts zu tun und mit gesprächsbereitschaft noch viel viel weniger er ist jemand der an vorderster front aggressiv auftritt spaltet aggressiv gegen eigene parteikollegen wir erinnern uns an den wahlkampf gegen den herrn laschet wie er ihn da sabotiert hat also er ist ganz sicherlich niemand der gesprächsbereitschaft signalisiert behaupten kann man das aber ich wüsste ganz gerne mal wo er das tat also da hätte ich gerne mal ein paar beispiele mir fällt da gar nichts ein mir fallen aber zahlreiche beispiele ein wo er genau das gegenteil tut in der unsinnigkeit der argument ich glaube da muss man noch mal ansetzen dass das da gechippt wird dass man da dann von jetzt werden klassische strommänner aufgebaut natürlich mag es leute geben die vom geschippt werden sprechen aber keiner sagt also dass ich jetzt ich kann ja von mir aus sagen also ich lasse mich ja nicht deswegen nicht impfen weil ich angst hätte dass da chips drin sind also so elektronik chips die mich dann orten oder was das braucht es nicht dafür habe ich mein handy um mich orten zu lassen aber dass es eine ungetestete substanz ist eine für die wir keine langzeit tests haben eine die mit lug und trug auf den markt gekommen ist eine die nach wie vor im höchsten grade zweifelhaft ist wir haben jetzt gerade erst auch aus den usa aus der medizinischen behörde dort ein verbot für die drittimpfung für pfizer bekommen und das nicht ohne grund also da gibt es eine ganze menge anfragen die dieser mann immer wieder gerne weg bügelt und er ist kein mediziner er kann das überhaupt nicht besser beurteilt als ich ich habe das gefühl ich habe mit dem im pharma bereich und auch ja im umfeld mit ärzten mindestens so viel zu tun wie er eher mehr und behauptet nicht von mir dass ich irgendwelche medizinischen aussagen treffen kann außer ich bin vorsichtig ich habe nicht vor mich irgendeine oder meinen kindern ungetesteten nicht ausgereiften substanz zu unterwerfen aber das hat ja nichts mit geschippt sein zu tun da gibt es eine ganze menge leute die machen auch ihre beobachtungen ihre studien die erklären natürlich auch zusammenhänge die medizinischen hintergrund haben was mit chip gar nichts zu tun hat und da wird einfach so getan als wären das alles so verrückte leute die irgendwie so eine idee haben und genau das ist auch immer wieder diese art und weise die ich diesem herrn insbesondere vorwerfe er geht nicht in eine diskussion er ist nicht gesprächsbereit sondern er sucht sich das skurrilste was ihm irgendwo vor augen kommt heraus und dagegen argumentiert er die ganze zeit auf ein sinnvolles argument ist dieser herr soweit ich das gesehen habe noch nie eingegangen ich habe nie irgendwo gesehen wo er sich wirklich auf einem medizinischen niveau sauber und anständig argumentationen gestellt hätte auch das würde ich gerne mal sehen bei ihm die gates kontrolliert wird unsinn ja das mit dem bill gates ist wieder eine ganz andere sache auch das hat mit dem wirkstoff nichts zu tun dass bill gates ein impfbefürworter ist das bestreitet niemand und dass man dort in diesem umfeld eine menge verschwörungstheorien hat das sagt ja deswegen nicht dieser anschein wird erweckt dass aufgrund verleumdungen und falschen aussagen herrn gates gegenüber auf einmal der impfstoff sicher wäre also das hat ja mit dem impfstoff überhaupt nichts zu tun ob man hier gewisse personen in ein vertrauenswürdiges oder weniger vertrauenswürdiges licht setzt oder dass kinder getötet worden sein um aus den fötenden impfstoff zu machen auch das das ist eine ganz interessante sache dass kinder getötet worden sein das spielt auf diese verschwörungstheorien mit dem adenochrom an also wo angeblich in den usa kann man juglen pizza geld affäre und so weiter kinder umgebracht werden um an entsprechende stoffe zu kommen und so weiter das ist sicherlich aus meiner sicht ziemlich abgespaced dann geht man aber kinder umgebracht um aus föden also erstens einmal ist das schon mal gar nicht sauber weil bei den föden handelt es sich ja nach der allgemeinen umgangssprache her eben um die ungeborenen kinder und das ist aber mit kinder umgebracht hier erst mal gar nicht von der assoziation gemeint von der assoziation wie gesagt glaube ich kinder umgebracht dass gerade im zusammenhang mit gates das spielt auf dieses adenochrom an das föden benutzt werden um impfstoffe daraus zu machen und zwar nicht unbedingt nur bei corona das ist bei anderen impfstoffen ja auch immer ein gegenargument das ist einfach schlicht und ergreifend tatsache nicht dass und 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 da wird diese auch perfide verdrehung der worte die kinder werden natürlich also die ungeborenen kinder werden natürlich nicht dafür umgebracht um daraus impfstoffe zu machen sondern die abgetriebenen föden die ja sowieso dann schon tot sind die werden dafür benutzt also man hat tatsächlich menschliches fetales gewebe das man für diese stoffe benötigt oder wahrscheinlich nicht einmal benötigt aber nutzt weil es wahrscheinlich günstig ist aber das hat bei ihm eine ganz andere konnotation weil er so verdreht als würde behauptet dass man kinder tötet also geboren oder ungeboren um daraus einen impfstoff zu machen das behauptet so meines wissens überhaupt niemand das ist nicht einmal das ist eine von ihm neu aufgeworfene verschwörungstheorie und das zeigt wie man sich die strommänner baut wenn man versucht mit irgendwelchen worten etwas möglichst konstruiert abstruses in den raum zu stellen und sagen ich werde ja konfrontiert mit all diesem unsinn und so weiter und das kann man ja alles nicht glauben wird er nicht er wird mit ganz konkreten fragen konfrontiert er wird damit konfrontiert wie denn die tatsächliche ja impfquote aussieht wie sieht es denn aus mit den leuten schon vorher die an oder mit corona gestorben sind wo gibt es eine statistik die das sauber trennt wo kann man feststellen was für einen tatsächlichen effekt die impfung hat wo sind denn diese sauberen studienergebnisse die genau belegen dass die impfung tatsächlich schützt also da sind einfach alleine schon auf dieser ebene wahnsinnig viele fragen offen und dann gibt es die normale beobachtung ich habe in meinem umkreis einfach eine häufung von krankheitsfällen in der letzten zeit festgestellt alle möglichen krankheitsfälle auch todesfälle und ich bin mir nicht so sicher ob das nicht auch etwas mit einer impfung zu tun haben kann ich habe keine ahnung aber ich hätte ganz gerne eine offengelegte untersuchung auch der kritischen stimmen wie zum beispiel das in amerika der fall ist hatte ich ja eben erwähnt und ich würde mich auch sehr dafür einsetzen dass man die statistiken wer prozentual welche ja corona erkrankungen mit welchem impfstatus hat ausgewertet wissen ich weiß nur dass man leute die geimpft sind oft gar nicht getestet hat dass man sie auch auf der intensivstation erst mal oft gar nicht testet und so weiter da ist so viel an datenmaterial schief und völlig unvalide da würde ich aufräumen wollen ich würde erst einmal wissen wollen womit habe ich es eigentlich zu tun was ist denn das tatsächliche ergebnis dieser impfung ich habe so das gefühl dass es mehr oder weniger eine art von schein sicherheit ist dass sie überhaupt keinen effekt dass es eher ein placebo ist hatte ich schon von anfang an dieses gefühl geäußert und ich wüsste ganz gerne wo man mir das mal so wirklich anhand von validen zahlen entkräften kann da habe ich bisher noch nichts gesehen also valide zahlen heißt nicht dass man mir mit einer riesen statistik aufwärts sondern dass man mir nachweist dass die erhebung dieser zahlen sauber läuft und da reicht es nicht auf ein rki oder so etwas hinzuweisen naja und das andere ist halt nach wie vor eben wenn wir keine zahlen haben können wir auch keine langzeit studien machen das heißt ich misstraue diesem ganzen pharmakomplex dieser einheit aus pharma und politik zutiefst und zwar auch gerade wegen solcher leute wie dem herrn söder und wegen solcher videos weil die art der manipulation die er hier zeigt das ist genau die art und weise die kein vertrauen schafft das ist die art und weise wo alle alarmglocken leuten leute die so argumentieren wie dieser mann die sind ja in keinster weise dazu geeignet in irgendeiner weise dass man sich auf sie beruft dass man in irgendeiner weise denkt ja deren meinung zählt nein ganz im gegenteil das sind lobbyisten der übelsten sorte also wirklich so ein absoluter ultra quatsch was da alles erzählt wird und das auch etwas wo man auch etwas sein nicht manchmal deutlicher auch argumentieren muss aber man merkt wie es ja deutlicher argumentieren also autoritärer werden das hat überhaupt nichts mit ich kenne keine argumentation von ihm spaltet ich habe gerade auf der herfahrt hier einen interessanten bericht im spiegel gelesen wo ein paar an an beispiel eines paares beschrieben wird wie es sich völlig ja entfremd einander wird weil weil argumenten in dieser szene die leute sich ja richtig so so reinigeln kann man jetzt sagen wie in so einer sekte ja den gegner diffamieren schön und gut das sind natürlich immer die anderen die sich einigeln ich kenne das auch dass diese spaltungen durch die familie gehen beispiel schultestungen wo ein kind sich nicht testen lassen möchte die mutter möchte sich auch nicht testen lassen aber der vater droht mit scheidung wenn sich das kind nicht testen lässt und eine solche situation kann ich jetzt nicht sagen also das kind geht dann jetzt zur schule deswegen das ist eine art des auseinanderlebens und es gibt sehr sehr viele beispiele und das kann man nicht einfach sagen das sind die impfgegner das sind die leute die ein bisschen vorsichtiger sind mit diesem ganzen pharma erzeugt ist und mit dieser gentechnologie sondern das sind auch sehr oft leute die von menschen von demagogen wie dem herrn söder verführt worden sind die eine art von autoritätsgläubigkeit dem staat gegenüber hegen und in dem sinne überhaupt keinem argument offen sind also das kann ich sicherlich auf beiden seiten finden interessant ist dass er als ministerpräsident der eigentlich dem ganzen volk verpflichtet wäre hier so einseitig stellung bezieht aber das ist klar das tut er weil er ist nämlich kein politiker in dem sinne sondern er ist ein lupenreiner lobbyist den argumenten nicht mehr zugänglich sind ich hätte nie gedacht ich muss es gar nicht ich hätte nie gedacht dass man überhaupt über solche argumente reden muss wunderbar er redet von argumentation von gesprächsbereitschaft er tut so als wäre er der offene und hätte nie gedacht dass man über seine position die er für alle anderen verordnet die er verpflichtend macht überhaupt reden muss er hätte nicht gedacht dass man seine verfügungen in irgendeiner weise anzweifelt verräterischer kann man das nicht mehr darstellen sondern dass alle glücklich sind wenn sie impfen sind am anfang haben wir nur darüber geredet wann kommt man dran das war ja wer ist wir er hat darüber geredet wann kommt man dran wir wären übrigens vor allen anderen dran gewesen weil wir haben ja ein kind das zu einer risikogruppe zählt und wir haben diesen impfstoff angeboten bekommen bevor alle anderen an bekommen geboten bekommen haben und wir haben ihn von anfang an abgelehnt das heißt diese diskussion diese fragestellung am anfang gab es ja nicht einmal kurzzeit tests im prinzip gibt es auch nach wie vor keine validen studien zu diesen ganzen sachen und sie sind ja auch noch nicht wirklich zugelassen in dem sinne wie man früher klassisch ein medikament hätte zulassen müssen all diese ganzen dinge das ist seine perspektive dass wir ist nicht irgendwie auf die die bevölkerung in deutschland gemünzt sondern auf leute die so denken wie er und das finde ich ist schon arg auch wieder ja verräterisch in seiner art von wortwahl weil er so denkt er hat ja schon vor längerer zeit ich habe den herrn eiwanger angeführt oder so etwas widerspruch bekommen und da gibt es viele leute die sagen ich bin ein bisschen vorsichtig bevor ich mir und meinen kindern irgendeinen stoff injizieren lasse von dem ich nicht weiß was er langzeitig bewirkt das ist eine ganz normale reaktion aber nein er ist dafür er war von anfang an heiß drauf er wollte dass das durchgepeitscht wird und dass man darüber diskutiert das kann er sich überhaupt nicht vorstellen aber gesprächsoffen ja so wichtigste frage ja und jetzt ist der impfstoff da und jetzt muss man ihn anbieten und hinterherlaufen ja soweit dieser ausschnitt anbieten hinterherlaufen und möglichst viel druck ausüben ja muss man wenn man eine sache eben nicht argumentativ vertreten kann wenn man nicht überzeugend darstellen kann dass das eine gute sache ist sondern wenn man mit seinem ganz gebaren mit seinem ganzen politischen handeln und auch eben mit solchen interviews nur zeigt dass man ihm aufs tiefste misstrauen muss das ist die art und weise wie despoten gestrickt sind